Mit Radio FFH, Uwe, der Kreisliga-Trainer. Das ist ja wieder Kreisliga-Fußball auf höchstem Niveau. Ey, da krieg ich so einen Hals. Andi, beim Spieleabend schlägst du auch immer alle, ne? Nachdem du verloren hast. Ja, Mann, mach doch besser ein Restaurant auf. Ja, sicher. Terrassentür auf, Licht an, Schild aufgehängt, Restaurant-Stichprobe, Innen-Gastro für Mücken ist geöffnet. Bei der Europameisterschaft frag ich mich, warum heißt sie denn Euro 2020? Hat er da keinen Bock, die Merchandise-Artikel zu ändern? Oder will die UEFA uns nochmal erinnern, wie schön das Jahr 2020 war? Stefan, du bist auch so ein UFO, ne? Ein unglaublich faules Objekt, Kevin. Boah, der ist so hohl. Der stand letztens vor einem bunt gesprengelten Kirchenfenster, geht zum Pfarrer und sagt, da ist eine Papagei gegen geflogen. Das nächste Spiel gegen den FC Ronaldo müssen Juggies Jungs gewinnen. Böse Zungen behaupten ja, Deutschland ist im Endspiel der EM. Und das schon im zweiten Spiel. Ich glaube aber trotzdem, gegen Portugal wird es Portugeil. Manu Neuer wurde ja gefragt, was er von Ronaldo hält. Er meint, am Samstag jeden Ball. Ferdinand, ich setze dich die komplette Tribüne auf die Saison. Uwe, der Kreisliga-Trainer bei Hitradio FFH. Er meint, am Samstag jeden Ball. Achso, Jan!